Hallo und herzlich Willkommen zu F1012 im Multiplayer-Modus, heute aus Silverstone. Ja, heute habe ich mal Jonny ankündigen lassen, ich gehe auf Toll, yes! Mein zweiter, dritter Zinder, dein vierter, äh Björn fünfter, sechster, Kostek und siebter Munchan. Weißt du wie ich rumheulen könnte? Guten Tag, liebe Leute, und heute mal Marash ja nicht im HT, weil ich Internetprobleme hatte. Und wir können uns alle einigen, wenn wir sagen, heute ist der Tag der Ausfälle. Ja, komm Mensch, ich bin wieder da. Ja, wir starten. Welche warst du, hast du in der Tat gedrückt? Und die Grafik ist doch nicht, äh, Mario Kart, hm? Vater, Sohn ist heiligend, das sah im Zuschauer-Modus so aus. Ja, heute, Daniel, ähm, LP ein bisschen weiter hinten, der will, das fällt von hinten aufmischen. Scheiße, ey. Und das vier. Ich bin richtig nervös, ey, viel Spaß, viel Glück. Ja, viel Glück euch allen, viel Spaß. Guter Start. Nee, schlechter Start von mir. Ich hole gleich mal Björn ein, Björn, weh du, ja, Björn, danke schön. Geht schon wieder los. Nein, Sindox. Wer dich? Gegen Daniel. Oh, verbremst du. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Aber ich kann mich nur abschlagen. Fuck. Ich habe das Auto, ich habe das Auto nicht im vollen Tank getestet. Klingt interesting. Und nun gegen meinen Ex-Team-Kollegen? Stell ich nicht rein. so bin wir da habt ihr ein telefon gehört das war mein zirkel war es ein altes nokia oder was sagen wir stellen dir vor es gibt doch noch normale telefone nicht nur handy ich hab so iphone aber ich krieg zum einen noch nicht das war ist halt normales telefon so ein iphone ja normal 52 runden und ich fahre mal rush ja toll super oh 52 ich war es waren damals 60 glaube ich ja da bist du richtig ich 20 61 ne 61 sind in singapur ja was ich gar nicht verstehe wenn man da 1 40 fährt da sollten sie 50 runden fahren so ey daniel ist auf platz 6 ja kappen vollen tank ey du kannst mit diesen stones kurven überhaupt nicht vollfahren mal mein flügel ist wie zu niedrig reingestellt dafür scheiße jetzt habe ich ein problem da mir geht nicht auf ja ich gebe auch nicht auf ruhig bleiben mit DRS ziehe ich wieder an ihm vorbei ja ich könnte jetzt in an ein und ein bandit jetzt auf der außenbahn jetzt auf der außenbahn sind die Autos wieder gleichrangig na gut ich vermittle mich und äh John sind die ähm oft gleichrangig keine Ahnung für dich sind die auch so frech naja ich hatte jetzt brauchte ich eine erste führungskunde ja die sind gleichrangig ja sehr schön guck doch auf die Kerstoff das habe ich schon vor Horst geladen Kerstrecht ich habe verstanden also von meinen Einstellungen nein die lade ich für jedes Jahr ich hasse die Strecke wenn sie nicht voller kann ich gambe hier hinten rum ey aber ich bin zwar meiner Ideallinie fahren fahrt ihr auf hart oder weich weich hart alle die hier in den 10 fahren eigentlich hart 3 und weil es ist also ich finde der der Lotus Fett in Kanada richtig geil die Kante sich vollfahren um Himmelswehen die rennleitung ich willkomm keins oder und bremst vom bergdospital nix ich drücke da drauf wie ein stier und dann passiert nix du meinst wohl oxen in seinem havi patrick dann nein ich drücke wirklich ich drück da drauf bis es durchbricht und dann passiert nix fast für ein lenkrad so sechs rücken kam bestimmt auf hart oder weich fahren im regen wow ey ich hab richtig schiss man muss in die box also haben schon profitiert na naa fahr doch du blöde müde ja er hat mich verbrennt ich hab mich gar nicht richtig reagiert hat mich bei drs jetzt um zu kontern ja gedreht björn hat sich nicht vorbei er kann mich mal schon sind vorbei ich gebe nach was soll ich jetzt gewinnen oder was hier gegenseitig kann ich wahr sein Mensch kämpft naja der DRS hat ihn untergegeben ja das kann doch nicht sein du verlierst ja du verlierst ja du verlierst ja den sieg wow Also ein paar graue Wollten sind schon zu sehen, aber Relativ blau Ja, das kann auch von der Regenschauer sein, die 10% Von 3 oder 4 Runden Okay, so wenig auch nicht Oh, ich überhole Björn, ich habe Angst Das Wichtigste war, vor Björn zu bleiben Ich habe das gleiche Problem, ihr Mensch Ich hätte eine Flügelhör einstellen müssen, fuck 5 Sekunden, dann habe ich eine Runde verloren Und, oh fuck, was abgeflogen, wow Da war die gute Laune weg Also Björn holt richtig auf Und Führungswechsel Björn verpiss dich Wow Die Reifen total dreckig Hey, ist eine 36.8 in William Scoot in Malaysia Keine Ahnung Also ich bin zur Zeit 14 der Schneider als Vettel Auf Legende? Als Vettel kann jeder schneller sein Also die Scheiße ist bloß, dass sie noch fahren Auf Legende? Ja Hier der Safety-Car-Risiko sehr gering Auf seiner Boxengassen-Einfahrt Na, da passiert nix Na Björn, haben wir ja gesehen im Qualifying Björn macht Druck Der Typ Björn ist Naja Ein Fahrer Das sind die schon lenkendes Auto nicht Da war Björn ist viel zu aggressiv Da ist René ganz dagegen Und John und Sam ja auch nicht Björn ist, René, Sam ja und John gemeinsam Hallo Hallo Was ist denn das? Was ist denn du hier? Dann geh wieder raus, danke Aber ab Wir sind eine Aufnahme, Junge Aber ab Wer ist das? Was ist denn das? Gewalt Ich hätte Ich hätte dann gesagt Auch wenn du drei Jahre alt bist, geh weg Geh in Puff Ah, da war schlimm, Alexander 32, okay Nee, da hieß Turbine Hast Turbine Potsdam? Nee, dünner Mann Ja, das ist Schroelig Tut mir leid Hey, es hört doch mal auf, verpisst euch jetzt Verpisst euch, du Spasti Ey, gut Ey, gut Auf, du Kleinkind Also schon lag Danke Danke Man muss in die Box Es ist geplant, Runde 12, aber ich gehe wesentlich früher Ich gründe, ich muss Runde 20 Da ist jemand abgeflogen, ich blieb den da rum Ah, Björn Ah, Björn Und, tschüss Björn Er hat denn das Patschelei nicht wieder zusammengefallen Hehehehe Na, so Na, was, kein Seher, das ist gut Bullchamp? Ja An der Box gewesen Was, wie bitte? War es da an der Box? Nein Der Kerl ist auf reichen, äh, fassen reichen neben keinem, so, äh, ist unnötig, dass er geschmeckt ist So Boah Die reichen sehen jetzt langsam echt abgenutzt aus Welche Runde seid ihr? Die Von zwei bis durchs, krankschmerz Jetzt verpisst dich jetzt Kleines Kuppel Wer gletscht da? Das ist der Appell Junge, verpisst dich! Gehen, Puff! Boah, ich will den Adi, dann kannst du was erleben! Man, verpisst dich, du klinkend Opfer! Wer ist denn das? Ich glaube, jetzt müssen wir das mal René, das mal eine geben, hüpp! Oh Mann Oh Mann Boah, ey, jetzt hat, äh, Eros das mal geklärt Ja, endlich Arka Sven Ey, Jo, Sven, Alter! Eros 40 Ich bin total müde, ey Ich bin total müde, ey Ich hab überhaupt nicht gepennt, ey Ich bin total müde, ey Nein Ich bin total müde, ey In 1.200 vor dem Patch gab's zu viel Regen und jetzt gibt's zu wenig Fuck. Team Duell. Ferrari. Ging gut. Wo seid denn ihr? Welcher Platz? 2. 1. Hier. Wo ist Daniel? 3. 3. Alle 3. Ah, Daniel kann sich absetzen. Ich hole auf Syndox auf. Dieser volle Tange ist ziemlich scheiße. Da kann man nicht die Kurven voll nehmen. So, jetzt habe ich Angriff. Sich Kontakt zu Daniel. Aber ich werde niemals fertig angreifen. Komm, es ist nur Daniel. Nein, Daniel ist. Daniel kenne ich nicht so lange. Ha. Ja. Trotzdem, auf der Rennstrecke ist es egal. Wir Freunde sind so nett. Da musst du angreifen. Und nein, steht in die Box. Aber nicht unnötig. Super Box. Das ist doch jung. Oh, bitte. Deine Zeiten sind absolut konkurrenzfähig. Wursch weiter. SINDOX! 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 Was ist passiert? Ich habe mich abgeschossen. Ich bin hinter Björn. Das ist genauso schlimm. Björn muss ich schon in den nächsten 5 Runden an die Box. Was hat er denn gegen mich? Ich kann die Lücke zu deinem Vordermann aber trotzdem halten. Wir sind hier auf der 4, ok. Ich habe mich abgeschossen. Ey, das hat mich abgeschossen. Hey, Samia. Jo. Brauchst du wieder eine Reitimative Streisammlung von Mönchow V52? Normal. Ja, Björn ist vor mir. Ok. Alles klar. Alles klar. Na, schon mit der ersten Bahn, in der Reifen, also in die Box, in die Halterung geschoben. Ja, jetzt auch. Mönchow fährst jetzt hart, oder? Ja. Daniel hat geleckt. Und dann darfst du es weiter. Mann! Ups, guck! EMA OG Messi sagt jetzt 91 Tore. Glückwunsch. Ey. Oh Samuel, ich watch auf dich pro Sektor halbe Sekunde auf! So Ferrari, ein guter Box ist doch jetzt. Harte Reifen, hopp, hopp, hopp. Ja. Er liegt hier Pizza rum, ne? um alter dritter gibt es ja nicht kommen nur zu Weihnachten was ihr macht schon Boxenstopp und ich bleib vor Menschen ich bleib natürlich hinter alter die ganzen teile geht es zäbiger wir sind ja nicht auf der Ideallinie nun fast doch in real life in Valencia gab es auch Safety Geist und 50.000 Meter mehr mit Ideallinie lang und dadurch hätte ich damals ausgeschieden das war auch ein Motor defekt oder? nicht Maschine ach so ja da hab ich meinen abgelacht John? Ja? Walton? äh hart Wette war voll im Rage Motors du? ne Wette denn bei Valencia letztes Jahr oder dieses Jahr wo raus geflogen ist noch ist es nicht letztes Jahr ja ok dieses Jahr ja ok dieses Jahr ey die Pizza und ich kann die nicht essen ey ich bin kotzen Box ist stopp kannst du in der Box essen kannst du in der Box essen Pizza machen ey das ist so lächerlich Mensch und ich haben einfach einen guten Kampf auch wenn ich lag 6,8 ich halte immer da durch Sicherheitsabstand du lächst aber auch ein bisschen bei mir also diese typischen Wop wenn er nur einmal hierhin gemufft ist dann gibt's ja er er muft sich glaub ich selbst ne das geht gar nicht das war äh Rango glaub ich oder wie der heißt Rango das ist nicht Rango in Film Rango heißt Rango ne da gab's da auch so einen Film Rango oder so im Kino jajaja jetzt fängt es ja bei mir in der Karriere an zu regnen im Qualifying obwohl es Sonne gemeldet war und nur Prozent Regenwahrscheinlichkeit ja das hatte ich auch mal nur Prozent Regenwahrscheinlichkeit und Prozent Regenwahrscheinlichkeit und wie ging die Ölfrunden gingen die schnell vorbei jetzt hab ich Pizza gegessen jetzt hab ich Pizza gegessen jetzt hab ich einen Fehler gemacht ich kann wieder auf Fett wow was 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 ich glaube dann kann die Strecke nicht so ein nicht weil was 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 dann in der Box ich schau mal wenn ich schau mal wenn mein Teamkollegen in der Box ist er profitiert auf keinen Fall davon es ich weiß es hat erstmal die Runde wo er langsamer ist und der erste Sektor ist gut Der ist sofort an, hier wegen dem Kack-Federn Der ist auf Weich, okay, der hat nen Vorteil Was, der ist auf Weich? Ja Bitte? Der geht auf Risiko Der will jetzt die Lücke abschließen Idiot Ist gut, ist ne Musi weg Ich hab jetzt neun Sekunden rück schon auf ZINDOX Ja, wegen der Musi Der hat's doch mehr als uns Ja, trotzdem muss er mit mir schneller an Reife fahren Nein, wirklich, bin halt eine vorbei Ja, ich schieb dir, schieb dir mich an Ist so gut Nix, hier, nix gut Nix gut Nix gut Lass einfach vorbei Riskiere keinen Abflug Gott sovors komplett anfängt mit Schiff Ich hab schon ne, äh, 37.0 hingelegt Ach, Q3 ist sicher Ach, Q3 ist sicher Abflug zu fahren Nein, ein, ein Fünfte ist jetzt vorbei Ich muss weiter fahren Ein Fünfte sind, wieviel Pro- wieviel Flash nochmal? Ha! Das war ne gemeldete Musik werden Ist nicht 1,5, ist schon mehr wie 1 Ey Mönch Mönch Ja Best mit Setup, oder? Ja Ich fahr oben Mönch, richtig geil, ne? Ähm, Full-Wet-Wetter, ne? Full-Wet-Wetter, du siehst nichts Kann ich nur sagen, wir kommen Richtig gut mit dem Standard-Wetter Also, du bist mit dem Standard-Wetter Bisschen langsamer Das ist normal Samy, starke Runde Jetzt ist auf einmal Full-Wet-Wetter Ich bin trotzdem hinter Sin-Dogs Ist auch auch feuch Also, Daniel holt ein bisschen zu wenig auf Oh, das ist Björn von mir Ne, oder? Pass bloß auf, ey Armes Mädchen, armes Mädchen, hey Ja, vielleicht geht er ja in die Box bis hin Ich bin auf Fahrt Ja? Ist doch auf Fahrt, ne? Ich bin auf Fahrt Ich kam bis Runde 20 Draußen, aber ich glaube nicht, dass es so Mönch, ja Sind wir uns einig, wenn wir Treifen so lange halten Äh, noch in der Position Außer wenn sie ohne Fehler macht, ja Oh, da ist einer abgeflogen Da ist einer neben der Strecke Ey, der Mara-Chefer ist richtig geil, irgendwie Der ist einer neben der Strecke, ist so Da ist einer neben der Strecke Boah, bin ich der Sechster auf einmal Echt? Ey, John, pass bloß auf, ey Letzte Kurve, das ist, äh Äh, letzte Kurve, erste Kurve Erste Kurve, ehemalige erste Kurve, das ist Daniel Der hat irgendwas geändert Hä? Okay, da hab ich wenigstens den Arsch offen Ähm Oh, Daniel wird sich jetzt den Arsch aufbeißen Warum, was geht der Wohin? Was sein denn bei? Oh, der Döner Mann heißt Nein, warte auf, warte, solche Leute auch in der Wohin, warum wir uns den Arsch offen haben Wer ist denn hinter dir? Mönch Achso Daniel wird jetzt sauer sein, wegen Kurt Masters Was denn passiert bei ihm? Wahrscheinlich wollte er was einstellen, sonst ist halt Gross einfach vorher in die Wand gefahren Ohhhh Mö Ah, ich muss erst mal das Auto kaputt ist Lichtmaschinen kaputt Ah, scheiße, mein Teamkollege, aber Aber Komm, sind, Docs Oh, ich hab mich gerade abgeschossen Oh, die Reifen sind tot, ey Ich komme früher als Dachter Björn rein. Aber muss ein Björn rein? Schon, wir sind zwar nicht in einem Team, aber auch so. Wir machen es gerade mal aus und weiter. So, jetzt werden wir in einem Team. Wenn irgendwas dann hinter dir ist, dann werde ich mich. Der kann es auf euch, der Teamsteiner. Okay. Böll? Ja? Brauchst du zufällig noch einen Teamkollegen? Ja. Boah. Dann haben wir nicht die Anhaltung gehabt. Dann hat er einen Fehler gemacht. Was macht er jetzt? Ich kann fahren. Denk mich! Der macht mir die Bahn zu. Alter! Ach, so warst du mir auch immer. Der kann es einfach nur doof. Also, die Arme... Er sagt ja immer, dass man gerade fahren, ne? Die Arme kauf. Die landen doch eh im Strohballen. Sie setzt nur auf, so fett ist der. Oh, da. Was ist das Sinn? Vollidiot, ey. Du bist so vollidiot. Björn wollte mich wegspraylen und hat sich dabei selber weggespraytet. Ne, der ist voll auf der Startziele geraten. Ich bin kurz weg. Björn, du kannst dich abschießen. Björn, du kannst dich abschießen. Also, wenn Neo und Münch hören sich fast gleich an. Nee, ohne Spaß hat Björn es selbst so ein doof schon abschießen. Hier haben wir eine Sicht aus der Cockpit-Cam. Hier ist schön. Voll Realismus. Wie bei, äh, äh, die heiße Spiel. F1 2012? Ich komme nicht raus. 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 Das war ja 2013 rauskommen. Das ist jetzt schon raus. Na, die Beta-Version. Ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus. Ich bin auf hart. Ich bin auf hart. Ich bin auf hart. Ich bin auf hart? Soll ich mal lieber an die Box fahren? Die Reifen sind total rot. Aber ich fahre immer noch 1,39, 8,1,40. So, Zeiten. Ja, aber ich gehe lieber an die Box. Ja, gehe mal in die nächste Runde. Ich bin auch noch von woher in welche Zeiten gefangen. Ich mache auch schnell... Die weichten Reifen halten 12 Runden. Die harten 20. Ja genau, aber ich riskiere es nicht. Bardo! Wir sind doch so weit auf, das merkt man. Hey, wer ist denn da hinten? Wer ist denn gerade jetzt, gerade? Ach's schon. Boah, 36 Steuern, erst mit denen. Was? Ich den überhaupt nicht mehr. Nein, du fette Schwein! Kein Gas geben, kein Gas geben. Brems, Brems, Brems! Oh, tschüss. Okay, dann bin ich denn... ...verlifter. Ah, Samy ist so fett. Das werde ich mal wissen. Samy ist so fett. Wo ist denn Daniel? Äh... David, bist du auch fett? Ich glaube, den zahlen wir alles. Äh, ich glaube schon, oh... ...mutter Sprit sparen. Wäre ich rum nur fett war, ich habe in der Box, habe es auf Marker eingestellt, aber nein. Was soll denn das hier? Es gibt jetzt die Wiederholung aus Valencia, oder was? Daniel nicht. Ja, aber ich. Nur umgekehrt. Aber du bist die für ein Gefeind. Also ich fahre jetzt in die Box, also wundere ich nicht, wer in die Box ist. Oh. Ey, du bist doch viel zu schnell! Lext. Ich habe Angst. Ich weiß. Deswegen... ...bleibe ich erstmal hinter dir. So, ich bin wieder da. Erst einmal drauf, ne. Und ich schlölfe zum sechsten, äh siebenmal Startup. Oh, mal Rushia, mach der ne! Er ist ein Erster. Sindox Oh, 3,0 Boxenstop Firma Rush, ja was geht ab? Ferrari auch 3,0 gemacht, viel zu langsam Da waren noch 2,10, 13 cm mehr drin Aber naja, Ferrari halt, ne? Haben halt nur Balotelli in Kopf Jetzt Angriff Du hast einen neuen Satz harte Reifen Nur noch 1 Stop für dich, noch 1 Stop Doppelführung Ferrari, ein Wunder Okay, ich kann mich nicht ausruhen Ich habe 45 Sekunden Vorsprung auf Björn Du musst schnell wie möglich wegfahren Okay, 20 Sekunden Oha, thank you Wie viele Benzine haben hier noch? Abzone Run a run 2,0 Das nennt ich optimal Ich habe gar keinen Weltfrieden Ey ne, die Katze mach wieder den Mund Halt die Schnauze Katze Nein, mitz Böse mitz You're my river running high And we run high I'm, I'm follow you Du bist so wild, brunnen I'm following you Die, 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 die Oh, oh I'm following you I'm, I'm following you Wie geil, wie man einfach mit einem lieben solche Stimmung hier reinbringen kann I'm following you Oh, jetzt sind die dummen Reifen auf I'm, I'm following you Auf grün, am Temperatur endlich FC Bayern Stinkt Ey, Tobias Ja? Einmal die Schnauze Ach, das ist doch so Du schickst Möchen, du heißt Tobias? Ja Ja Ich weiß nicht Ja Nee, wer ist denn noch Bayern-Fan außer Römer? Äh, äh, Samia Biss du nicht Düsseldorf-Fan? Ich bin ein Bayern-Fan Anti-Hamburg Bömen 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 Ich kann Bayern nicht leiden Bömen Hamburg-Bayern Dortmund Nur Dortmund kann ich nicht leiden Den Rest kann ich leiden Dortmund ist doch cool Freut mich, mein Freund sagt Ja, Mann Das geht nicht, dass man, äh, Fan von zwei Vereinten ist Ja, klar geht das Ich bin auch Hannover und Hamburg Hannover Hangover Ja Gangbanger Ich hab die Folge banged And I re-one banged I'm following you I troll you deep-seaming fear FC Bayern I'm following you Ganz sicher mit Danny vertragen, der ist auch Bayern-Fan? Neh, mit Danny Seid jetzt mal bitte ruhig, ich und schauen, wenn wir dann so Ey, da brauchen wir das mal zu tun Das ist ein Konzentrator, die war auch noch nie da All's machen wir, ne, ne Denny Denny Denny, den Scheiß angebung So, gleich haben wir auch 20 Runden da und Na gut, gefällt mir Ich hab hier, äh, ich hab China gewonnen Und er hat, äh, bisher noch zwei Punkte, ich hab 27 Wer hat zwei Punkte? Meine Roma Cool Was fährt denn die? Trabant? Nein, 3er Euro Die fährt ein 3er Die fährt ein 3er Die fährt Klumanda Trabant Ne, Klumanda Klumanda? Gell? Trabi mit 5er PS Wer ist denn jetzt in der Box? Dürr, 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 dürr Nein Gell? Gell? Warum Gell? Woaah Björn Der ist fett aus, toll Du hast Ferrari Das waren wir schon aus uns beiden Ich war in, fast neben dir und du hast mich trotzdem trotzdem ganz normal genommen Der ist es im Arsch Ja, ich dürfte auch nehmen, wenn du nicht direkt neben mir bist Leute Ich hab das Vorfahrtsrecht Ja, ich hab hier gefahrtsrecht Uah, Chies Weiß wie ablenkt das Scheiß der ist Björn, hol auf, ist Björn noch weich? Ich kann jetzt nicht nachgucken Ich hab was dabei gegeben Ich hab was dabei gegeben Hey, ist Dani auf der 7? Dani ist letzter Was n' LOL Das ist ja Ich hab dich jetzt auch vorhin Ja Warst du schon in der Box? Ich war schon einmal Was? Ich glaub Ich bin Fünfter Achso, und wer ist jetzt noch vorne? Fünfter zusammen, ja Na, der muss Sinlox noch in die Box Ja, der... Der hat doch zweimal raus Wir sind noch hinter der Box Was heißt Führungswechsel? Ich glaub, das wird dir jetzt lang zum Regen Oh, nein, bitte nicht Ist ja geil Ne, ich will wieder keinen Regenwach haben Führungswechsel Bild Sportstell... Du führst einen Grand Prix an Concentration, Concentration Bild Sport... äh, stellt die Frage Bei welchem Club bekommen die Profis das meiste Geld? Real Ein Puff Nein, wahrsam Stimmt, war es nur ein Schuldenfall Ja, die haben ja Messi und das ist schon alles, was wir hatten Hartherr nicht Yeah Und Ronaldo ist eigentlich genauso wie Messi Ich weiß nicht, warum Messi verdient so viel wie Ronaldo und Higuain und Kaffee zusammen Sollte den Schotter mit so toll sein sollen Messi und Messi und Messi und Messi Mein absoluter... Lieblingsfälsch wieder als Götze Ich bin weder Messi noch Ronaldo Auch wenn er bei Dortmund spielt und du Dortmund hast Ja, ich hasse Dortmund, aber die Spieler nicht Götze ist einfach mein... einfach ein geiler Spieler Ja, ich hasse Dortmund, aber ich war... äh, Wolf und Kölz Sie ist richtig gut Ja Tut mir nur leid, dass ich für den Fans spiele 4 Sekunden Komm zu Bayern Ja... Ja... Betriebsfälsch Nein... Betriebsfälsch Aber... Ja... Das ist jetzt ja kein Doch nicht Auch noch mal, weil du damals bist nach Hamburg-Badden in der Umgebung von Deutschland nur er ist jetzt so in der HSV-Tribüne und das andere macht ja, da nimmt die ganze HSV-Tribüne rein wo er auf Syndox auf stell mir grad so'n fettzer Kjabber da gut vor, der so die ganze Arena besetzt stell dir mal länger was vor, dann machst du einen Fehler nur Kork sagt gern ich mach keinen Fehler Fahrer machen einen Fehler trotzdem nicht auch komisch schon mal Teamweight wow alter Daniel boah fickt die Oma fickt die Henna ist das ey Daniel soll ein Boxen oder der erste Kurve hat sich gedreht steht mitten auf der Ideallinie quer und ich bin fast reingefahren, also er war unsichtbar er kann ihm zeigen, dass er sich gedreht da ja, was fährst du holst boah naja ich hab so mitfahren als keine Punkte zu holen der war auch kein Bock, aber ich hab auch mit den Krankeern war so lange nicht mehr an, wenn du es was ja, ich war interessant also ich hab zwar FIFA gezofft aber auch so einen also war ich hab auch seit 3 Tagen mit dem Krankeern oh nein wisst ihr was scheiße ist? was? 27.02.2013 äh spielt Bayern gegen Dortmund und dort ist äh feiert der MCW seinen 113. Geburtstag wow ihr seid so jung zwölfjahrig immer wieder ja Fortuna ist auch noch 117 wow ihr seid so jung äh äh fünf ne überleg mal 15 Minuten leichter Regen 15 Minuten leichter Regen äh 107 ja ich hab jetzt schon ne ich hör mal den Genier nicht ja das blöder ja ich hab hier ja alle kaltes ich war bei 117 nicht bei 100 ich hab dich verstanden ja wir sind 8 Jahre immer aber 9 wir sind ein ja jetzt äh 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 älter als Hannover wir sind 8 Jahre äh 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 so von 87 K einmal Mathe für Dome bitte Alter ich schreibe Mathe Ecos mit 5 auch tschüss ne weil er sich verrechnet hat Mensch geht nicht in die Box und wird sein Pasen lang und sucht die Formel zum Rechnen er hat wenn der klasse Seiten hier zehn ihr Spaß dies beim geistlichen Reizorten wir haben die Pizza 15 Ich bin Klasse A, ich bin zufrieden mit Klasse A. Ich bin Klasse 10, ich bin zufrieden mit Klasse 10. Dafür bin ich bei Call of Duty Prestige 10. Ja und? Klasse 2, ich bin zufrieden mit Klasse 2. Da lernt man jetzt so einfache Dinge, da hatte ich einen Durchschnitt von 1,0. 1-0. Eigentlich stimmt das so, da hatte ich 1,2, ne 1,5. Ich hatte in der Grundschule immer durch mich von 2,8 Leute. Bist du schlecht? Es hängt da zu regnen. Slabersto. Den wir nicht. Den wir nicht. Den wir nicht. Den wir nicht. Na schon nicht mehr Pixel bei dir. Ja, war auch plus 1,0. Weißt du? In der vierten Klasse, ne? Da hatte ich im Halbjahr in Mathe eine 1 im Deutscher 2 gehabt, ne? Da hatte ich mich so auf Deutsch konzentriert, dass ich zum Ende in Mathe eine 2 und eine deutsche 1 hatte. Ich hatte in Deutschland nie mehr eine. Ich hatte in Deutschland nie mehr eine. Ich hatte auch nicht. Ich hatte in Deutschland immer eine 3 oder eine 2. Ich hatte mal zwei. Ich hatte mal zwei. Ich hatte in der Schule, wir haben Ferien. Ist das mit euch los? Na ja. Wollt. Ein Halbjahr hatte ich Mathe, vier Arbeiten, alle eins, in anderen Halbjahr englisch, vier Arbeiten, alle eins. Cheater. Ne, das war einfach. Ich hatte einfach nur auf die Tafel, dann konnte ich. In der dritten Klasse hatte ich nur eine 1, das war Musik. Krass bist du. Na, was für eine Schule bist du? Döner-Gymnasium. Was? Döner-Gymnasium? Döner-Gymnasium. Döner-Gymnasium. Ja, Schule und stolz drauf. Wir waren Schule und stolz drauf. Gesamtschule. Hauptschule und stolz drauf. Kindergarten und stolz drauf. Obdachlosen-Asyl, ich bin stolz drauf. Hauptschule. Hauptschule. Hauptschule und stolz drauf. Kloabsteiger, bin stolz drauf. Absteiger und stolz drauf. Das war Köln bestimmt. Ja, bestimmt. Aber hallo. Wer ist denn hier Köln-Fan? Wir haben keinen Köln-Fan. Ja, ein Glück. Kölne Scheiße. Wir haben hier zwei Bremen-Fans und die sollten sofort beseitigt werden. Schnauze. Heino. Heino, sei hier. Ich verstehe auch nicht, Bremen. Gewinn 4-1, verlieren 4-1. Wow. Gegen uns habt ihr 2-1 gewonnen, ihr Säcke. Ja, das ist auch geil. Haha. War nur Glück, glaube ich. Ich denke, wenn wir ihn haben wohl, 2-1 holen. Bei dir gegen Ostenstein. Ich hab kein DAS, wow. Nein, eh nie ein DAS-Fenster. Hier liegt Frau Flügel. Das ist Daniel. Das ist Frau Flügel. Ja. Daniel, äh, Ben. Ja. Denkst du, wir halten das noch aus bis zum Regen? Na ja, klar. Weiß ich nicht. Meine Reifen schon. Mein linker Vorderreifen ist. Also wir hätten jetzt nur 5 Runden. Mein linker Vorderreifen ist, na ja. Oh man. Ich will keinen Platz, wenn ich mir nicht in den Facilien fahren möchte. Das war der DAS-Fenster. Das war der DAS-Fenster. Und Flügel hat dann gewonnen. He. Samushermstedt, jetzt kommt der auch schon zum dritten Mal im Radio. Der dritten eigentlich? Samir. Let's play Ming-Fi. XX, let's play Samir XX. Auf keinen Fall wird den ersten Sieg werden, Mönch. Äh, wir haben da nicht mal die Helden, ne? Ja. Und jetzt kommt noch Regen. Die Tropfen kommen schon. 15 Minuten. Hä? hat es gerade um 10 Minuten bei mir sagt er 10 bei dir ist immer als erstes versteht nicht ja ich habe da vorstelle ich habe seit einer Woche ich habe 2011 gesucht ich auch macht Spaß bei mir ich habe mir bei FIFA für 60 Millionen Goethe gekauft kann ich mir Fortuna niemals holen doch mit T-Engine hallo ich weiß nicht was ich verkauft habe ich habe Gombes verkauft und Müller habe ich verkauft weil Goethe auch ein ZDM ist und weiß nicht wer Müller gekauft hat Barcelona hätten wir euch Spielertausch machen können Müller gegen Müller war ich noch fast dran ich habe ich dann mir auch überlegt Elfte ist Rente abgeschlossen Leute echt, seid schon bei der Elfte 26 Runden von 52 die Zeit die Monat haben 10,5 Sekunden Vorsprung 7,6 aber wenn aufrunden doch der abrunden 3 ab 5 aufrunden Junge was macht denn der Daniel da? Ach, Mönch, ich hab' jetzt richtig Angst! Ich hab' jetzt richtig Angst! Daniel fällt mir auf den Scheißen zusammen hier! Nein, ich hab' jetzt endlich Flores hier war! Was macht der denn? Was, Mönch, jetzt schon in der Box? Wer war da? War das Björn? Wer ist da in der Box? Mönch, ich bin's bei Hamburg hier, äh, Verein. Nee, Björn ist ja hinter mir! Okay, dann war das Daniel. Was macht der denn heute? Nee, das war Mönch, der in der Box ist. Nee, der hat gut rausgeschossen. Ich bin auf jeden Fall viert, ich hab' Mönch überholt. Mönch ist schon Nationaltrainer. Ich hab' gar keinen Bock, irgendwie richtig zu spielen, deswegen simulier' ich die Spiele. Dann hol' ich den Fußballmanager. Zweite Mädchen auch wahrscheinlich holen. Nee, ich mag Fußballmanager nicht. Wer leckt denn da vorne? Daniel? Was macht der denn hier? Daniel? Ah ja, der hüpft ja rum, Monster Truck Action! Das gibt's ja viermal umfest. Daniel Style! Uffa, Daniel Style! Uffa, Daniel Style! Ey, eine Milliarde Klicks auf YouTube, ja! Uffa, Daniel Style! Uffa, Daniel Style! Uffa, Daniel Style! Uffa, Daniel! Daniel dreht sich nur weg! Uffa, Daniel Style! Uffa, Daniel Style! Der hat keinen Bock mehr! Mann, der hat einen Monster Truck Mod drinne! Monster Truck Mod? Was hast du geraucht, Junge? Ich steu' nicht, der hüpft die ganze Zeit rum! Ähm, hier, hier, äh, wo ich an? Ja? Hast du Euro Truck Modator? Ja, aber ich, aber ich, ähm, mein Kumpel, let's play das auf unserem Kanal! Geht das mit Logitech Lenkrad? Ja, wie viel, ich fahr das mit meinem Lenkrad! Ja, ja, ich fahr auch mit meinem Lenkrad! Okay, wenn das geht, ist ja gut! Ich mach' richtig viel Bock, älter! Ich müsste Weihnachten noch! Ich mach' richtig viel Bock, älter! Ich mach' richtig viel! Aber hol' sie den zweiten Teil? Hab' ich ja! Ah, sehr schön! Haben wir schon da! Schaff's mir, Craig! Ey, wir haben, wir haben in der Dings, ne, in der, äh, in der Champions, äh, hier, in der Gruppenphase, ne? Champions Cup Gruppenphase gegen Mailand 5-1 gewonnen! Gegen Inter oder gegen AC? AC! Wer? Komm' mal, Pierre! Äh, Mensch! Weiß jetzt einer, was anfängt zu regnen! Mönch, glaub' das wird... Der Engineer hat auch nur schon gesagt! Ich glaub' ab Runde 30 wird's anfangen zu niseln! Oh nein! Mönch, das würde ich freuen! Weißt du was? Was? Hamburg führt mein Nier und von der von das Top-Toyjäger! Yay! Ein Name, wir färten da so langsam, ich hab' richtig Schiss jetzt! Gegen Werder! Bei, äh, Bremen! Ich trau's mich gar nicht auszusprechen! Na, Daniel, das sieht nach Daniel aus, ja! Unentschieden! Ist mir eigentlich egal, was, ob ihr was gegen Bremen habt! Was? Ach, du bist Bremen-Fan? Ne, ich tu nur so! Oh! Und wer wurde so oft grad geredet? Ich bin ja, ich bin Bremen-Fan, aber naja, ich war, ich war früher sehr großer Bremen-Fan, aber ich industrie mich nicht mehr so viel für Fußball! Basketball ist meine Richtung! Was ist denn da so langsam? Was macht der denn? Was macht der denn? Ach du Scheiße! Oh Gott! Oh Gott! Ich bin am Björn vorbei, Junste! Mach'n Kreuz in Kalember! Ich bin am Björn vorbei! 5 Minuten leichter Ring! Ich hab's mir ansichtlich so schwer gemacht! Ich muss jetzt gegen ManCity spielen! In der Champions League Gruppenphase! Mama! Ich muss jetzt gegen ManCity spielen! Ey, Daniel ist grad auf dir lang geraten! Rechts in die Mauer, links in die Mauer, hat sich überschlagen, was weiß ich! Mario Götze! Hallo Zehner! Schmeiß meine Rolle in diesem Verein zu Chats und werde ihnen weiter versuchen immer das Beste zu geben! Götze, du geile Sau! Ich geh' sonst weicherweise! Komm, sind auch toll in dir! Ich geh' sonst weicherweise! Ich geh' sonst weicherweise! Doch, sieh! Doch, sieh! Doch, sieh! Doch, sieh! Aber es sieht denn, an einem Teil der Strecke sieht's dunkler aus, an der anderen sieht's heller aus! Ja, und ne, nicht wieder dieser Regenbub, den ich in der... Puh, ja, die Schallstrecke bei dem Theater! Oh, Mensch! 7 Sekunden! Und dann, oder? Wie spät haben wir's denn? Okay, 5 vor halb, 5 vor halb 10! Mensch, gibt hier ein Score-Mord! Nein! Äh! Doch, im zweiten Sektor sieht's, sieht's, sieht's heller aus! Ja, im dritten auch will ich gut Also, ich kann mal gucken Summertime Sadness I got the Summertime Wenn ich mich jetzt drehe, ist das alles magisch Ey, soll ich noch warten die 5 Minuten? Oder soll ich noch kurz in die Box? Bei mir sagt er 10 Minuten Er ist der Sektor aus Hell Ja, ich meine der Sektor auch Der Sektor auch, weißt du Den ersten Sektor seh ich schon Seh ich ja Oh, 38-1, yeah Yeah, dritter, leck mich Also, Pizarro, Pizarro spiel Warum spielt Pizarro gegen ManCity? Ach, Pizarro Nein, 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 nein Gustavo, oh, Latze Schöner Schuss Was findet ihr besser? FIFA 12 oder 13 Was ist anders? Ist die Engine anders? Die Engine ist... Naja, gut Das Einzige, was richtig scheiße ist, bei FIFA 13 mit First Touch Dass der dabei verspringt Also, dass... Du kannst einen Spieler haben, der... Mecki heißt Wow, 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 wow Ey, es wird nicht anfangen zu regnen, guck dir mal, das wird wieder blau Oh, zu Glück springt der Silber vorbei, ey Ich bin dann an den Randstein abgehoben Ja, Daniel Yes Ja, Mann, leck die Eier Fick die Henne, ey Leicht die kommt? Ja Hat Daniel kaputt gemacht? Ja Ey, soll ich wechseln, weich, hart? Und denn das kommt auch in die Box Das gibt's nicht, Daniel, du... Ach, ich hätte ja nur noch mal mehr draußen bleiben müssen Was soll ich denn wechseln, auf weich oder hart? Daniel hat's absichtlich kaputt gemacht Ja 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 Ich wechsle auf weich Die Boxen Crew zieht bei dir Mann, mach ihn ne Maratia Ja Das gibt mir zu ihm auf die Schild, weil das warten muss Und tschüss, Daniel Komm raus, 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 raus Speed, 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 godspeed Komm, wechsel auf Sehr schön, los, Leute 2,99999 Ey, das ist auch perfekt Na, schnappt's, soll Lass dann ausgeben Okay, was denn? Abschritt? Ja, sagte mir, der SLD-Safety-Cast deaktiviert Als ob ich das nicht... Das leckt Abstand, das leckt Ich weiß doch noch, bei Blackies Äh... Zwei... Ölverliga da Rasieren Ich war erst da hinterm Safety-Car Okay, ich war eigentlich siehnt da Ähm... Und dann leckt ne Safety-Car Ich bin rausgeflogen Ich hab Angst vor das Ding Das leckt jetzt schon wieder Hoffentlich wirst du ein Faust Oh, da ist es ja Vom letzten Ghost Und der ist schon wieder kaputt Ich fahr nicht hin Oh ne, ich hab Angst, dass Björn hinter mir denn kommt Ey, der rammt mich doch weg Halt schon nicht mal riskant, ne? Niemals Ey, weh, Björn, du rammst ja am Start weg, ey Boah, wie schnell grad mit der... Ja, schild das... Oh, das kann sein, dass es unter... Unter... Nasen Wolkenbacken Ey, mich hat... Es regnet Es regnet? Mich hat gerade der Ingenieur gesagt Es fängt leicht an zu regnen Leicht an zu regnen Hä? Bei mir regnet Bei mir ist alles tropfen Bei mir sind tropfen Könnte ein Video gucken Ja, bei mir ja Das hatte ich schon mal in Japan Und dann waren die anderen alle auf weich war schneller als ich Und ich als weich hab mich in jede Kurve gesehen Wobei mir kommt glaub ich auch tropfen Hä? Wo mach ich ne Strafe? Unerlaubt überholt, wils? Nein, das hatte ich wieder hinter dich gebackt Genauso wie bei mir in Valencia Ja, Durchfahrtsstrafe Ich muss bis zum Neustart waren Hat er gesagt Leck mich Es regnet tropfen Ich hab tropfen gesehen Ja, bei mir regnet schon seit 20, 30 Sekunden Wer ist denn der Box? Der Björn, ja He? Also wir wir nutzen und so vorher Vorkommen Ach nö Da hab ich noch 2 3 tropfen gesehen Ja, der fängt an Aber ich glaube nicht dass es lang hält Weil es nur 10% ist Ey, 10% es bedeutet nicht die längere zu Ja Ich hab nicht gesagt Ich hab nicht gesagt Speisi das nicht damit Das bedeutet ich glaube nicht Ja, ich hab mich sehr darauf Okay, John Dolext voll Prozent Prozent das hätte ich ein eigenes Haus das kann ich sagen erst einmal muss ich nicht mehr den Server allerdings lecker er hat noch schlechtes Internet wenn das beste er hat hat mit der Leitung aller nur recht 13 hier sind auch schon mit 6 K ich glaube ich habe eine bessere 16 weiß gar nicht was man nicht haben ich wohne in der Hauptstadt Berlin wohnst du? Ich hab bloß Schweinfurt Ich dachte schon Björn auf hart Ich bin näher an der Hauptbahn, das sind 600km Was macht denn der? Voll John ey, Rasen, Strecke Er ist ein Rasenheimer hier Okay, halt deine Position Nicht überholen Okay, komm wohl diese Runde rein Naja Es hat gesagt, halt deine Position Halt deine Fresse HALTE DEINE POSITION Du darfst nicht übernehmen Das alte Passage Jetzt sind so ein wenig Tropfen Ey John, ich will dich aber nicht abschießen Also fahr einfach vorne weg Sowieso deine Strafe Jaja Hast recht Scheid Schon wieder vergessen Ja Dann bist du erstmal 25 Sekunden zurück War nichts Weil du mit deinem Mini-Kamkater rumfährst Oh Scheiße Scheiß Großbritannien, ne? Leck mich! Scheiß Queen Nur weil wir 60 erlaubt sind Nur weil wir 60 erlaubt sind Das ist so lange, könnte man die Box eigentlich auch so schnell machen Ja Vor allem ist die Boxengasse an sich und ewig lang Äh Los, Byster kommt für Robben Der muss auch mal spielen Wo ist der Byster gekauft? Klar, Byster Ich versuch dann mit aller Aggressivität Ja, Byster kommt für Robben Ich hab das Kommando jetzt, ne? Zum ersten Mal ich bin, als ich kenne das gar nicht Ich kenne die Maschine auch Da mir? Ja? Lass ihr dich mal Ja Ey ey, ey, zeig Ey, mach's nicht so wie Jani Trotz dann Menschen hab ich mir der zur Liebe gekauft Mit der Panda-Fahrt rum Das hatte ich ja vor, ne? Ging aber nicht, weil er erst kürzlich zur Bein gekommen Achso So Letztend steht 25 Minuten 25,5 So mehr ist auch nicht mehr wert äh John du bist von mir grad irgendwie hoch geflogen für mich ist er boah John und München beide lag voll ey Götze hat ein Markwerk von 24 und man hat aufwendig Rivale wenn wir doppen und trotzdem 60 ich habe Angst ich habe Angst und ein paar so farben da er hat er der Teller und 1 2 man kann nicht ich wollte weister du kriegst auch jetzt verkauft jetzt das ist dunkel als vor Ort und ich bin gleich dran jetzt wird es neu Dann nehmen wir mich für eine Erinnerungsstrafe Innerhalb von zwei Runden antreten Die Strafe geht erst nach der Safety Car Phase Na, ich muss in zwei Runden antreten Einfach rinnen hier Ich war einfach rinnen Sicher, sicher Das ist meine hier Und Dante macht das Ich glaube, fast ein 2-1 Die Torosso-Crew steht an draußen Ja, Björn Ich habe das Gefühl, du hast mich irgendwie gerade berührt Nee, bei mir nicht Oh, ich wäre so gut an Wow, bei mir Geil Geil Hab ich was gemacht? Ich liebe BANG!!! Oh Warte, bis der Regen kommt Ich liebe es Ich auch Ich auch Die Zeichen vom Montag Ah, ich habe 35 Sekunden auf Jörn Wenn wirklich der Regen dann kommt, hat die Weiche wirklich sauber Ja, die Weichen klappen perfekt. Planenmäßig muss ich Runde 41 rein. E-Management. Heul doch! Heul doch! Ich hab keinen Stürmer mehr, ne? Sind die tot? Nur noch Pizarro. Und Ballgrau. Den kennt eh keiner. Ja, was? Ich war schon da. Was war denn das? Getränke, Alter? Wie lange dauert das? Was ist passiert? Was heißt Vierter? Yes! 12 Punkte! Ah, ne, sind das... Ne, wie das? Oh, geil! Regen muss nachlassen. Ey, bei mir ist kaum Regen. Bei mir sind nur... 5 Tropfen. Ey, du Fick-Reifen, ey! Fick-Lecker! Fick-Lecker! Jetzt wärst du ja die Lammkröte, ey! Kann ich nur so dumm sein! 5 Monate! Und dann ein dummer Fehler! Mann, du gehst schon neu im Vertrag an mich. Also du Legsler, ich muss ja gerade abbremsen! Ich liebe es! Ich glaube, John wird gleich disqualifiziert wegen Leggings. Ne, der hat mich schon besser geleggt. Oh! Boah! Ich weiß noch, wie heil und wach eingereckt war. Eine Runde Benzin, ne, die lasse ich mal lieber noch. Also man kann mich nicht wegen Legsler, weil die Effizien ist völlig kundlos. Oh, es war knapp. 20 Sekunden Vorsprung auf Björn, das ist doch mal was sehr schönes. Jetzt fängt es doch nicht an zu regnen, leck mich doch! Jawoll! Jawoll! Dann musst du noch mal in die Box her. Ich muss auch noch mal rein, Runde 41. Aber ich fall länger. Bei bestem Willen, das schaffst du nicht, John. Sorry. Kleine Geschwindigkeitsschub für dich. Wer ist denn da vorne? Das ist am Arsch der Welt. 1.37.1 auf den Weichen. Habe! Mein Steiger ist wieder da. Und wieder vorbei. Das ist Rima Dönerfamme Don, hier machen wir nix Dönerseil Ich habe Knoblauch Und da den Salat Ich habe da Knoblauch Und da den Salat Dann klappe ich es in ein Brot rein Und dann schmeckt es wie Scheiße Fahr durch Das Spiel ist das Spiel gegen Sarko Das scharfst du nicht, Junge Bist du auf hart oder auf weich? Ich bin auf hart Oh, das kannst du schaffen Ich schaffe das natürlich Hä, wo ist denn der Regen? Der ist verschollen Dann hat Jonas sich verpokert Oder? Wow, das war auch extrem knapp Ich fahr hier auf Risiko Das ist mein schwarzer Das ist mein Bunge Fahrrad auf Bestzeitkurs Nein, letzte Gruppe versaut Ah, John, das wird nicht heute anders, oder? Auf was ist denn los? Das sieht, ich glaube, auf weich Aber Ich glaube, Daniel bereut es jetzt, dass Samir zu Ferrari gegangen ist Nein, sollte Na, du bist jetzt immer Erster oder bist eben als Erster Ist doch gut Auch wenn John jetzt zu, ähm, der Pool gehen sollte Und dann gesagt, komm, ich muss mehr klären Das wird gleich bei Sindox Hey, ich hab gar nichts gesagt Das ist zu weit Google Ne, weiß ich nicht Was auch Was auch 17 Sekunden auf Sindox Ja, für den anderen voraus Ja, für den anderen voraus Ne Ja, ja, ja Max Schlüter Oh, das Rennen ist doch geil Ich hättet mir Ich hättet mir Wann, Björn! Wann, Björn! Wann, Björn! Es geht schon wieder los Die Schreisammlung ist offen Jawohl Was hat er jetzt gemacht? Was hat er jetzt gemacht? Nein! Hahaha Nein! So, Max, Mama Kalt und feucht Was geht denn ab? Alter, Sindox Scheiße! Mensch, Björn, wer hat gefahren? Bin 1,35,8 gefahren Das war ein Siegschon Fuck, ey Jetzt fang an zu regnen Bitte, bitte Wenn's jetzt... Wenn's wirklich regnen sollte Dann hab ich jetzt den Vorteil Boah, macht so'n Look voll Wäschchen gut Was ist jetzt passiert, Mensch? Ich bin neben ihm und er trägt mich im Kiel Der ist auch blöd, Mann Ich frage mich, wie du da überhaupt noch färgen Und Kies Das ist Lust und Langeweile Ich frage mich nicht Ich frage mich nicht Musst du Daniel sagen Was mit Samuel los? Fronflügel? Ja Okay, kannst du dich vorbeilassen? Ja Grazie Danke Danke Und schau, ist der Pauli 1-0 nicht da ernst In wen? Pauli Oh Gott, ey Das wär ein Pokal aus To fire Fail Bleu So, weich oder hart? Hart Wie weich Ach doch Dritter wär ein Mann frei Was auch nochmal, Andy Raus ey, ich kann den FIFA nicht mehr Das wäre Traumplatzierung auf Platz 3 ey, da Muss einer noch in die Box? Sindox oder John? Wenn es jetzt anfängt zu regnen Und es wird dunkler Oh, siehst du, wo wird es denn dunkler? Welche ohne ist halt der jetzt? 39 39 Ich hoffe, jetzt wird es dumm noch Also bei mir ist noch schön hell Ein paar Wolken am Horizont, aber mehr und nicht Den Spielern darf ich einfach Zock F1 Waste auf, mach da eine Liga auf mit Kindergartenkinder Dann haben wir mal lachen bei uns Die Lücke mit 50 Sekunden Maja, in der Kurve greifen wir mal nicht an Wie lange halten die weichen Reifen, wenn ich Runde 41 reingehe? Kann ich damit noch auf Weich nochmal wechseln? Herr Samen, wo bist du? Nur welcher Platz? 1 1 Was? Was? 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 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 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 und die Mehrseiten der Koran der Koran wo ist er meine Defensive ich bin ich bin 20 Kammer schneller mit der und Björn sieht mir voll keine Verbrauchung ich hab sie mir gesagt schon was zu sehen kannst du mir mit helfen meine Verteidigung zu suchen ne ich bin gerade mit der Schöpfung meine Hände tun weh Repairie und jetzt Claudio Pizarro 1-0 ah John nicht mehr auf der 1 Warte Was denn Durchfahrtsstrafe das könnte meine Chance sein und ich hab noch gesagt schon warum ich fahre das in Runde ey alle was da vorne abgeht das Auto fällt ja noch perfekt nicht so jetzt in die Box ne 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 das war nicht muss ich aber hier rein lassen weich und die sind eigentlich schon ich muss jetzt in die Box ich muss immer in die Box halten noch 10 Runde und jetzt Claudio Pizarro also wie geht's zu Alava wer den Ball nicht kriegt ey scheiße ey nur wegen dummen dumme Fehler ja Samir das braucht sie nicht zu versperren ich auch wie viel bräuch ich für ein Boxenstoppchen Silverstone insgesamt mit rein und raus fahren 25 oder ne 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 Neuer kriegt so viel Arsch Durchfahren tue ich lieber nicht Mensch Björn ich kann aber auch nicht profitieren der Karte und ich bin noch freig und ich komme wegen seiner 5 legt er bei dir er schiebt mich an ich bin so cool weiter ich bin noch weiter gut so so muss es aussehen wahrnicht es kommt du scheiß Jury bis du gar nicht mal oder was boah ey ich fahre richtig gute Zeiten so jetzt war ich auch in die Box bin an der Box du? ja ich hole mir noch mal weiter mach ich auch gleich und? 3,0 reicht doch oh jetzt kriegt der Schläger nein jetzt ist ähm ok was sah mir? wärst du durch? na klar ooooh nein ich bin hinter Björn viel Spaß genau dich hergeschützt genau super ich hab frische Weiche 9 rein das war doch nicht zu scheiß Jury jetzt beginnts genauso wieder wie Valentia jetzt beginnts genauso wieder wie Valentia das kann was gut, das kann gut werden Jo Jo oh oh die fahrende Gefahr die fahrende Gefahr dich herz dich herz komm 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 zack 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 los 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 zack hier los mach hin fahr 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 komm 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 und wechseln 1 2 3 kommen los 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 jetzt 2,9 mach hin Mann mach hin wo seid ihr ich kann höchstens als Startziel ich kann höchstens dritter werden das war noch bei Auspuff ist nah und du mit dem ist der Attacke Blasen und dann jetzt hier ist es weiter wo andere klar ist das wir haben das dritter Und Daniel ist? Raus Mich lässt er vorbei Achso, stimmt Komisch, mich lässt er vorbei, Björn Dann gewinnt es den Dox das Rennen Oh, muss der nochmal in die Box Ne, das haut Ähnlich wie der Ferrari da vorne Ich bin, äh, das ist mal Rush, ja Na und? Äh, die Ferrari ist auf eins Achso, meinst du, dass ich wachte vor dir? Ja Ah, das rennt gut Richtig, sehr geil Und ich wollte die Grafik umstellen Tschüss, Mensch Nee, der ist schon weg Wer ist weg? Ich bin da Ich auch Hallo Na, dann ist mal eins Aber nee, kannst du nochmal gucken, wer alles in hier im Channel noch ist? Mensch ist garantiert weg, weil wir waren nicht mehr als, äh, John hat geredet, du hast geredet, Sanja hat geredet, ich hab geredet, wir waren noch fünf und also kannst du nichts gewesen sein 1-0, Bastian Schweinsteiger, fünfte Minute gegen Real Madrid Super FIFA, Formel 1 Sag mir, nach dem Pokal aus gegen St. Pauli Willst du mich verarschen? Nee So ein Lack toll Klau ging sein Paul in FIFA 12 rausgeflogen Fortuna, da war ich Erstlieger und Deutscher, äh, Deutscher Meister Also dritte Saison war das Vor allen Dingen, der hat, der hat keine Sachen, die es gibt, das muss man nicht vertreiben, ne Und ich wollte ein Loop-Tor machen, ne Und der Reverie muss ja unbedingt irgendwie so einen Scheiß versuchen, ne Und ich suche den beiden Oh, oh Mal lass mir einen zweiten Platz Nee Ey, dann könntest du halt schon noch kriegen und gewinnen, Muldian Alter Ja Nee, Syndox ist 30 Sekunden vor mir Boah, man lässt uns nicht so eiskalt vorbei Nein Respekt vielleicht Kauscht das bei euch auch auf Also, jetzt Kauscht Kauscht mein Liefer Nein Nein Mich kotzt dieser Scheißbierner Ach, dich, oh Ja, dann blockiert mich nur noch Ach, dich auch Mich hat einfach eiskalt durchgelassen Ich schieße, ich schieße den jetzt ab, warte Mach das, sehr schön, gefällt mir Boah, Alaba Ja, hab's gemacht Fünf, bitte Alter Zuck du mal Ich hab mich voll abschossen Leg dich nicht mit Björn an Jetzt hat er keinen Frontflug mehr Schlag den Björn Hörn Baa Ha, ha Ha, ha, hau den Björn 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 Baa Ha hau den Björn Gott hat er noch zehn Sekunden rück vor, vorsprung Wir gehen das ganz gut an, rutschen, ne? wenn ich gleich hier vorbei ja ich brauche Punkte ich will mal ein ordentliches Training am Flüssen Junge ich hab ich denn 34 40 auf die drei Punkte kommt sich an gesagt wenn du DRS hast dann überholen ich hab hier ganz vollkommen abgeschossen Strafe 2 aber ist was wert Robin das schlechtes Ergebnis dieses Rennen für McLaren bei ihrem Heim Grand Prix Alter Alter da hab ich mir nur noch raus YES bitte kein Safety kein Safety woher führst du? nein mit zweiter aber gleich musst du da führen oder wer ist erster? sind Docs ich stell Antrag zur Auslöschung probieren mach das oh Gott ey das ist spannend hier Samir? du bist der Liga Leiter was machst du? ich hab mir erstmal hast du aufgenommen äh nein aber das ist ziemlich eindeutig was du hast Samir hast du aufgenommen? ich nehme immer auf ich nehme auch noch auf ich nehme auch noch auf ich nehme auch noch auf weißt du doch klar ja klar ja ich werde mit deinem heute auch noch was über sprechen ich kann schon erwähnen dass er mein Auto verstört hat der hat mich völlig vor der Bahn geschoben in die Mauerwein oh oh und er hat mich abgeschossen und zum Beweis er hatte keine Frontflügel ich nehme mich abgeschossen und zum Beweis er hat gemischt zwei ich mache gemischt zwei ich mache gemischt zwei 34 2 bin ich gefahren wir haben nur ich liefern uns hier Fernduell aber naja Sekunde kann man schon sehr spät gebremst kann das DS geben ja hast du? ich habe ein absolutes Rächer ich kann jetzt weiß nicht wie mir es ging in China vor der erste Karte hat er mir auf der Gerade die Bahn dann will ich vorbei und er blockiert mich vor allem er kriegt auch immerhin die Leute zu schwatten und er schießt mich ab er hat keine Frontflügel mehr aber ich bin abgeschossen dann will ich wieder an ihm vorbei er hat kein Frontflügel mehr nimmt mich zieht mich rechts äh raus und dann fliege ich nur noch nach links der hat mich natürlich blockiert mit seinen Reifen jetzt äh fliegt auch mit und haut mich gegen die Bahn und ihm äh sein Auto passiert nichts sowas geht doch nicht mehr Monster 2009 Braun GP gegen McLaren Mercedes das die Situation ist hier gerade bei mir und Samir fuck warte ich bin dran sauber wie viel Speed hattest du grad? nicht drauf geguckt ne ich hatte gerade 322 322 322 hatte vielleicht 92? 3 hunden? ich habe 1 1 Flügel 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 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 verdient das ist auch schon über die Linie nein nur drei Runden zu fahren meine Reise wie das herausfiegt beginnt er sehr gut der erste Doppelsicht eines Teams glaube ich diese Saison, oder? bringe ich Jani heute hin Jani jetzt wird wieder in die Hände gespuckt Hände gespuckt naja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt Mulchan ich habe kein DRS und bis der ist durchgestrichen ah, ist kaputt schon zwei Mal mir auch zweit im einen Rennen meins auch noch zwei Runden wie noch drei oh, Samir oh, what the hell hallo mein Freund aber hallo oh, alter hololex oh nein, bitte nicht 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 und doch bitte ja froh, 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 froh man da rochen mein DRS fällt groß zum dritten Mal meins ist da Windschatten eine Sekunde schadet als letztes der letzte Rund jetzt wird wieder in die Hände gekotzt in die Hände gefickt jetzt wird wieder mit der Handkugel mit der Handkugel alter 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 hoch 35 4 und ich habe mich heiß können ab dem Seiten scheiße aber die schon wieder weg jetzt sind es noch zwei Runden ja, oh, lass mich in Ruhe ich habe kein DRS meins ist kaputt meins funktioniert aber ich habe keins scheiße wer fährt da Björn das ist Björn nein ey, lass ihn lass ihn lass ihn nicht überholen ey, weah Björn du fass aus wenn du dann kriegst du einer auf die Fresse, alter ey, weah, der lässt mich nicht vorbei der kriegt so einer auf die Schnalze so Björn hat schon mal Samen vorbeige dann lässt er dich wohl definitiv vorbei der Björn, du niger ey, man ey ok, ich hab dich fest, Björn, du kannst verpissen Fick, Björn, alter ist er weg naja, alter alter, alter, ja ey, weah, weah, du kriegst ein auf die Fresse, alter, ich baller dich weg der hat, der hat wohl schon aufgehalten, ich habe so ich hab aufgenommen, der ist weg ja, danke, dankeschön der kriegt einfach die Fresse, alter ich raum dich jetzt, alter ich boxe hier weg, alter deine Mutter stirbt, ey deine Mutter durch die Bergschwäche tut mir echt leid, Björn, aber das ist halt so ja, mach da Rallye, was weiß ich ich bereue dich nicht ich bereue dich nicht, ne ich bereue dich nicht, ne sollen wir doch sonst wo hin, ey du fliegst raus, ey verdient ich habe ihm zwei Chancen gegeben aber köch ich jetzt den Platz für ey, köch ich jetzt den Platz, äh der mir jetzt eigentlich versaut wurde wenn du, wenn du 50% geschafft hast ja klar, dann zum Setzen ich war ja eigentlich an, äh Jörn vorbei gewesen und dann schießt er mich ab Dankeschön, Björn, alter mich raus? zweimal ne, ne dann schießt er mich ab und dann wird er er führt, aber sein Auto natürlich nicht zerstört wird jetzt hat er mich vorbeigelassen danke, Björn, du bist ja echt ein, ein Goldschatz der schießt, äh, äh, mich ab, aber er schafft es nicht, äh, sich zuerst der ist im gleichen der ist im gleichen okay, ich glaube, jetzt haben wir vielleicht noch, ey vielleicht wäre ich noch ganz, auch eine Sekunde rangekommen, aber bei mir auch nicht ich kann ja auch noch gleich Dings denken, äh, ich kann natürlich auch nochmal gucken er hat zum O-San bekommen alter, Björn, der fährt übers Gras rüber der hat gerade das alles über der hat gerade das alles über der hat gerade das alles über äh, ja Doppelsieg okay, trotzdem was, extra ja, fick dich, Björn, kriegst er yes bin ich jetzt vor ihm? ich werde mit deinem entscheiden Doppelsieg, ja haue der Witzka Dankeschön, Leute oh, wie geil Doppelsieg ja oh, war das ein geiles Rennen Glückwunsch an Syndox Glückwunsch an Sami für den zweiten Platz ja geil so, ich würde sagen mich würde interessieren, was gewesen wäre mit dem Schmuck gefahren erwartet Positionen übertroffen, Platz 3 so, ich würde sagen, wir bänden hier, oder? so, wir sehen uns dann nächste Woche wieder nee, zwei Wochen Pause okay wir haben zwei Wochen Pause jetzt und dann kommt Deutschland, 12. Januar freut euch drauf wir sehen uns, ciao auf Wiedersehen auf Wiedersehen auf Wiedersehen